Voila, ich weiß nicht genau wie ein Akszidensdruck präpariert wird. Das ist zur Rundung ein Druck, der schwarz gedrückt ist. Und das ist ein Farfkanal dabei, das wäre Cyan, Magenta oder Gel. Ich muss jetzt mal aus diesem Bild das RGB ist, weil das im Internet könnte ein CMYK machen. Ich nehme Image Mode und ich sehe CMYK, ich kriege wahrscheinlich eine Warnung. Die Farben und andere, du wirst sehen, wird wahrscheinlich alles ein bisschen mit Deichter. Das ist üblich von RGB auf CMYK wandelt. Ja, das hätte ich noch gut gehalten. Und ich gehe mal meinen Channels gucken. Ich schneide CMYK, das ist der Shortcut auf mein ganzes Bild. Und ich schneide den Farfkanal Cyan, Magenta, Yellow, Black. Mal auch schon einen Akszidensdruck mit Magenta machen. Dafür gehe ich mal die anderen Farfkanal raus. Ich gehe jetzt hier einfach. Und noch Gel. Ich kann also nur noch Magenta und Black als Farfkanal von der Staturbild und Dreck rein gehen. Dann werden dann gejuste Schwarz und Magenta gedreht. Da ist ja kein Blumen dran und auch kein Yellow. Aber ich will vielleicht die Kanäle aufpassen. Ich will vielleicht Magenta aufpassen. Und Black auch. Ich kann die Farfkanal heute auch bestellen wie ein Bild. Ich muss jetzt immer bedenken, dass Weiß ist gut gehalten und Schwarz ist voll gehalten. Und das ist im Fall nicht Schwarz, sondern Magenta. Ich fange mal mit Schwarz. Ich hätte das Bild mehr deutlich gehalten. Ich kann das Bild nur aufpassen über die übliche Weile. Ich kann dran malen. Auch auf dem Kanal. Aber nicht mehr Schwarz-Weiß. Ich setze mal die Schwarz mehr auf. Über Image Adjustments. Curves. Heute kann ich kein Adjustment mehr setzen. Wir schaffen am Kanal. Also gehen wir auf Adjustment Curves. Und ich setze in Schwarz mehr stark. Das heißt, dieser Bereich soll mehr leichter gehen. Und ich setze gerne den Hallen Bereich meiner Schwarz. Und ich werde hier nur mit Magenta genau das Konträr machen. Der Teuer soll nicht zu verwirseln mit der Kurve von Duotönen. Der Teuer ist effektiv in Kontrast. Ich denke, als Preview. Der ist nur aktuell. Der Teuer ist dann den schwarzen Önnerdruck. Der ist auch effektiv so ausgesagt. Weil mir ist Schwarz. Pigment Ink. Da bin ich gefroht. Leute, ich schaffe mir Pigment Ink. Ich muss aufpassen. Heute fängt es auch ungefährlich zu gehen. Das scheint nicht zu viel Schwarz zu kriegen. Dann sehen wir das. Das wäre gut. Und ich gehe nur auf Magenta. Ich mache nur Magenta. Und dann sehen wir besser. Wird schön. Und ich schaue zum Beispiel gerne an Magenta. Heu den Himmel effektiv Magenta. Ich gehe dann rein auf Image. Adjustments. Ich schaue nach Curves. Und ich schaue in Photoshop. Heuerste Input und Heuerste Output. Ich hätte gerne den Himmel wirklich Magenta. Ich will am schwarzen kein Magenta. Ich meine das nur ein bisschen funky. Und ich will am Mittelbereich aber auch Magenta. Ich will sogar am Himmel noch mehr Magenta. Das ist ein ganz komisch Kurvdisch. Ich schaue gerade machen. So. Ich will am schwarzen noch mal noch Magenta. Ich überdreifen. So. So. Du siehst. Heu verschwinde Magenta aus dem schwarzen. Und ersuchen wir mal. Das hier wäre ein relativ linearen Overprint. Ich will aber vielleicht ein bisschen Magenta am schwarzen. Jetzt geht das brutal. So. Das ist quasi lineär. Magenta geht quasi. Ich will selbst noch ein Print. So. Ich sehe ein OK. Und dann gucken wir uns mal an, was das ergibt als Bild. Dann hat man das getan als Akzidentsdruck. Das ist ein schwarzen Unterprint. Besser gesagt ein Unterdruck. Das ist kein Print. Print das ist digital. Und wir haben hier ein Magenta Overprint. Alles. Was mir deutlicher geht. Ich habe mich vorhin. Und das wäre dann mein fertiger Akzidentsdruck. Als Bild sieht das dann so aus. Dass das selber ist. Mein schlusser Background. Mit zwei, fünf Kanälen. Die dann, wie gesagt, an der Dreckerei. Ehmult schwarz. Vier gedruckt geht. Und dann magenta drüber. Und das, wie gesagt, sind unsere Störspränge vom Duotone. Respektiv von der Bikromi. Ich kann das natürlich noch weiter beinflussen. Ich mache mal etwas. Dann könnte er vielleicht ein bisschen bekannt für. Als verschiedenen Plakate. So mal Popkultur. Punkkultur hat. Die Ästhetik vom Akzidentsdruck. Das war für schön zu spüren. Weil mir das ja noch ganz überlebt gehen. Ich mache nur mal diesen Bereich. Magenta. Weiß. Das heißt, ich will nur kein Magenta. Dann wird die Weiß gemalt. Mein Bild sieht so aus. Ich kann eine Schrift dran machen. So gut. Auch auf einen Channel. Und ich schreibe nur daran, die Firma nur nicht extra sichern zu gehen. Einfach nur ein Y. Ich mache eine Schrift groß. So. So machen wir mal ein Plakat für ein Band, die sich Loram Y nennt. Ich mache euch hier ein riesiges Layout. Gehen dann das zu lassen. Mit der Schrift als Part. So. Und dann hat man hier einen Akzidentsdruck mit Schwarz. Magenta auf Weiß. Das habe ich einfach gut gemacht. Und das wäre dann das Tätig fixiert. Wie gesagt. Funden zum Beispiel. Der Punkkultur. Wie in der Zeit vielleicht. Auch Fische für Kanzer gesehen hat. Oder Fanseins. Die auch so. Böllisch gedreht kaufen. Aber das tätig. Aus sprechend. Und ich habe noch einen kleinen Detail dabei. Und wenn man das kennt voll Magenta am Bild. Dann geht es schnell auf mein Kanal Magenta. Ich meine mal noch ein Kreis. So. Mal hier. Das ist egal. Mir ist es wieder zu weisen. Ein Mensch da läuft voll Magenta. Das heißt. Ich meine. Selektion Schwarz. Jetzt. Ich schiefe die Selektion ab. Und dann gehen wir zurück an das Bild. Und wir gucken das Bild unten. Wie wird dann richtig ausgesagt. Das wird dann bei denen zwei Kanäle tätig sein. Das ist keine Tillzug voll Magenta. Man kann voll Weiss man. Und ich kann voll Schwarz man. Mit der Tösschen. Könnt ihr nächst.